1. Bundesligaspiel 1. Ballkontakt 1. Bundesliga-Tor Für Joshua Zirkze geht plötzlich alles ganz schnell. Und das liegt vor allem an Hansi Flick. Seit der Kovac-Nachfolger das Zepter übernommen hat, ist das Sturmjuwel in die erste Mannschaft gerückt und trainiert immer mit den Profis. Gegen Tottenham durfte er im letzten Gruppenspiel sein Champions-League-Debüt feiern. Und jetzt folgte das Traum-Debüt in der Bundesliga gegen Freiburg. Durch seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit wendete er das nächste Stimmungstief beim Rekordmeister ab. Die Gratulationen der Bayern-Stars ließen nicht lange auf sich warten. Der Niederländer ist erst 18 Jahre alt und kam 2017 von Paynord Rotterdam nach München. Er zeigte sofort, warum man ihn geholt hat. In 74 Spielen für die U-Teams und die zweite Mannschaft knipste Zirkzee 44 Mal und gab 22 Assists. Zahlen, mit denen sich der 1,93 Meter große Mittelstürmer auf Flicks Radar gespielt hat. Trotz seiner Größe hat Zirkzee außergewöhnliche technische Fähigkeiten. Und die zeigte er auch, wenn er bei Testspielen der Profis mal eine Chance bekam. Der Holländer kann den Ball aber nicht nur streicheln, sondern auch austeilen. Wie er im U-17 Bundesliga-Finale 2018 gegen den BVB zeigte. Auf jeden Fall hat der FC Bayern eine neue Option im Sturm und als Lewandowski-Backup dazugewonnen. Zur Freude der Bosse kommt diese Option aus der eigenen Jugend. Anfang Dezember versprach Karl-Heinz Rummenigge nämlich, ich sage heute voraus, in den nächsten zwei Jahren werden Spieler aus dem Campus nach oben kommen. Zeit wird es, denn seit David Alaba im Jahr 2011 konnte sich kein Bayern-Eigengewächs mehr bei den Profis durchsetzen. Dass dem Rekordmeister junge, hungrige Spieler guttun, sieht man auch am zuletzt stark spielenden Alphonso Davies. Durch sein Debüttor ist Zirkzee der jüngste niederländische Torschütze in der Bundesliga und hat seinen Marktwert definitiv gesteigert. Die Bayern werden froh sein, dass das Sturmjuwel erst im Sommer seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Denn vielleicht ist Joshua Zirkzee schneller als gedacht das langersehnte Eigengewächs, das es bei den Profis packt.